Hi meine Lieben! Ja, willkommen zu einem nächsten Video und zwar mit einem nächsten Singvideo von meiner Freundin, die mir seit vielen Tagen schreibt und mich getröstet hat wegen meiner verschwunden Freundin, die Larina. Und ich werde diesen Song jetzt extra für diese Freundin machen, die mir diese ganze Zeit schreibt. Und ich kenne sie, ehrlich zu sein, erst ein paar Tage und wir finden, stehen uns schon richtig prächtig. Und wir haben uns echt noch nie gesehen, Leute, sage ich euch. Und ja, sie beschreiben uns jetzt immer gegenseitig und ganz besonders zu dir sage ich das jetzt, muss ich mich bitte bedanken. Und dieses Song ist nur für dich, dieses Video. Und hoffe, es dir gefällt es und du schaust auch mal vorbei. Ja, okay. Dann fange ich mal an, würde ich sagen. Musik 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 Ja, das war's auch schon wieder. Natürlich ein kleines Video, aber ich werde bald weitermachen mit einem sehr langen Video. Und hoffentlich kommen bald meine nächsten Salomon-Sammlungen, weil ich warte schon eine ganze Woche drauf. Und ja, bis dann. Tschüss. Hoffentlich hat es dir gefallen. Tschüss.